Und wieder zurück. Ich muss den Timer noch neu starten. Gut. Jetzt sind wir bei Nummer 6. Ich habe kurz geschaut, wie viel Speicherplatz ich noch habe. Ja, damit ich auch wirklich nicht da reinkomme. Haha! Mit Menschen wäre das ein erfolgreicher Test gewesen. Haha! Geil! Haha! Ja, super geil! Ja, so ist das gut. Ey, wie kommen denn da durch? Ja, so. Ja, wie kommen wir jetzt da durch? Ja, so. Hi. Noi. Haha! Wie sinnlos! Doch! Äh, nee! Aua! Ja, man kommt auf der falschen Seite raus. Ja. Nein! Hahaha! Es macht einfach so Spaß, diese Roboter sterben zu ziehen. Warte mal! Aua! Hä, die machen Hühnergeräusche! Ich hab nen Plan. Ich hab nen Plan. Ich hab nen Plan. Ich hab nen Plan. Plan, plplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplpl Aber mit deinen Portalen Ja, da musst du noch ein zweites setzen Ja, du musst das gelbe da hinhauen Ja, so komm ich da nicht hin Du musst es hier hinsetzen Da Das rote muss da hin Also da, also Genau, jetzt bin ich Bei den Viechern Jetzt pass mal auf Ja, stirb halt Man, ich hatte einen Plan Er hat auch gerade noch funktioniert Jetzt kriege ich bloß das Portal nicht mehr so hin Warte mal, das geht noch nicht Ne, warte mal Du mal dein blaues da hin Und dein anderes dorthin Mach mal elf, dann weiß ich wo du weißt Da eins hin und da eins hin Ja Nein Nein Äh, nee Scheiße Nee, das geht nicht Ähm, scheiße Oh Mann, ich habe gerade die Idee gehabt Ich habe einen Plan Mach mal nochmal das rote weg Mach mal das rote weg Jetzt machst du mal hin Aber ist es sich da so lange glitschen? Das geht nicht Nee, das geht nicht Doch, das geht Äh So, jetzt mach nochmal dein rotes da hin Wie stellst du dir das vor So Nee, das ist nötig Nee, so geht's nicht Set ist, äh Scheiße Und das ist ein Schlussfall, Alter Wow Ja, warte mal Warte Jetzt gehst du hier hin Warte Und schießt dann Moment, wie bist du denn auf die eine Seite gekommen? Lass mich hier weg Sie zielen auf mich Hä? Genau Ach, die sind ja nur auf einer Seite Nein, doch Ja Ja, sammeln das doch gleich Ja, für mich sah das aus wie auf zwei Tuch Hat funktioniert Ihr müsst nicht ständig versagen Ihr müsst nicht ständig versagen Das ist weil Anbruchsvoll Nein, nein Das ist total einfach Guck mal, setzt man da Da ein blaues hin Klar, das die dann Ja Daran haben wir jetzt so lang gesessen Vier Minuten Ja, warte, warte, warte Ich hab's mal zu geschossen Jetzt ja Die sind auf beiden Seiten Ja, dann brauchst du's Hier, hier, hier Falsch geschossen Ja, warte Äh, ich nehm das blaue Gut Und jetzt nimmst du das hier Hier Und da hat es andere Da hat es Ja, das versteht Hallo Oh Gott Ich bin einfach nur Am Anfang Ich bin wieder am Anfang Ich bin wieder am Anfang Aber muss ich jetzt zurückkommen? Ja, ich kann nix machen Aber ich seh dich ganz dahinten Schieß mal hier im Portal hin Ah, du hast hier im Portal hin Geschossen Hallo Oh Jetzt schießt du da Da hier Ne, da Jo Boah Aber sterb nicht dabei Das war anspruchsvoll Nicht da reinfallen Nicht da reinfallen Oh, da müssen wir da nochmal Oh Gott Ne, müssen wir nicht Das ist ein Checkpoint Ich glaube hier habe ich mit meinem anderen Kollegen Also Exe Äh War das letzte Äh, der zieht meint auf dich Boah, Junge Du kannst das noch nicht rüber Weil du kommst schon nicht rüber Ich hatte sich gerade angenehm auf den Dünnschiss, alter Was? Oh Du musst da Ah, da oben ist eine Barrikade Die musst du Ach, dieser Lichtschalter Es geht doch schon wieder irgendwie gespiegelt Weil Komm dir das mal an Was? Die muss ich aber anders setzen Am besten direkt vors Face Aua Bist du da hochgekommen? Ich habe einen Plan Oh, ja Scheiße Ne, pass auf Aua Du musst die Mauer weiter nach links setzen Nein, nochmal Ähm Ja, genau Haha Ihr Nudelbabos Jetzt muss ich nur noch den Knopf drücken Okay Portal wegmachen Ich drück den Knopf Portal wieder hinmachen Okay Drei Zwei Als Los Ach du hast sie Ach du hast sie Auch diesen Test hatte vor euch noch nie bewältigt Oh, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Test geliefert hat Jetzt ist er nutzlos Welche Ja Die ist nämlich schlau Falls ihr euch über den Geruch wundert, so riecht menschliche Angst Der Geruch fehlt mir Na Na, ich will noch mein Portal setzen Nein Und es sind keine Tests mehr Ich hab'n Plan 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 Nein Funktioniert auf jeden Fall Funktioniert nicht Ne Das funktioniert ja auch nicht Das hätt' ich ja auch gleich sagen können Das auch nicht Das schon Was Bisschen runter Ja Ha du blüder Wichser Ha du blüder Wichser Ha 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 Ich muss Ha 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 Ich hab'n Achievement Ha Ich hab'n Achievement Was hast du gedrückt? Äh Das ist da Zwiegen Ganz gemein sein vor einem Turm, der eine Äh Der von einer Flutdischbrücke gebrodiert Blockiert wird Ha Es gibt ein Achievement Die Lache von dir ist auch so gruselig Okay, das hat uns ja zu späteren Leben auch nicht weiter Da oben ist noch ein Portal Gute Nacht AHHHHH Ich bin viel zu laut Ich bin viel zu laut Bei mir schlafen schon alle Ich stell mal hier dein blaues hin und da noch ein niedernes Guck Stimmt, ich geb's hier auch noch Und tschüss Ja Ja Was? Deine Gangster nachher halt Was? Ja Gangster nachher Das ist aber nicht so ein Unterfall Da muss ich mit blau wohin schießen Ich weiß wo Nikon? Ja Ah, sehr gut Mach's gut Hat der gerade gesagt Mach's gut Mach's gut Yeah Ich bin voll traurig irgendwie Ja ist es ja auch Was da? Du musst unterm Fallen Unterm Fallen musst du auf das Ding zielen Ach du Scheiße Ich hab's mir erstmal hinkriegt Ich bin schlau Ich bin schnell Ich hab ne Reaktion Willst du da irgendwas sagen? Äh, ja Wisst ihr, was mich zum Lachen bringt? Ihr könnt ja mich sehen Was? Die schießen durch die Scheiben Nee, da links ist noch einer Hallo, du Hure Das funktioniert so nicht Doch Doch, ducken, ducken, ducken Encrouchen Schlafen, ducken, 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 ducken talks, ducken, 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 ducken Musstie! Hahaha Was bringt eigentlich das Ding hier? Was bringt eigentlich das Ding hier? Das macht die Platte da Ich bin eigentlich schon die Kräfte geschossen. Ich auch. Schläfchen. Schläfchen. Das ist ein Brutal-Roboter. Lacht. Wow. Was war denn das? What the fuck, Alter. What the fuck, ey. Die scheiße krieg ich nicht. Ah, nein, 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 ich stelle dich nochmal da drauf. Oh, nein, 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 ich stelle dich nochmal da drauf. Ui, 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 boing. Vielleicht sollte ich mal was davon fangen, ne? Ja, denn du stellst den Würfel jetzt da drauf. Au, au, ah, ah. Du darfst nicht sterben. Okay, vielleicht. Okay. Ähm. Du musst die alle fangen. Hä? Ich soll die alle fangen? Du musst die, glaube ich, alle fangen. Jetzt krieg ich hin. Wo kommt die raus? Ich hab sie eindeutig alle. Eine. Eine, zwei hast du. Ja, ich brauch ja nichts mit dem Machen mit den Kugeln. Wo soll ich denn die hinschmeißen? Keine Ahnung. Hier, es muss ja nur was hier drauf. Weil dann kann ich mich jetzt durch ein Portal zu dir. Weißt du? Also, so gemeint, warte? Ja. Das hat nicht funktioniert. Nein. Aber der Würfel ist noch da. Hm. Ne. Ne, das war da. Ah, guck mal. So. Und jetzt? Was? Was machst du? Ah, fuck, fast. Alter, sah das geil aus. Echt? So gut? Ja, dass du richtig kapitel wegblaufen willst. Und die dich voll wegballern. Das ist jetzt frech. Ja, jetzt darfst du dasselbe machen, wie ich gerade gemacht habe. Ich glaube, ich weiß nicht, wofür wir die Kugeln brauchen. Sollen wir die damit abschießen? Ich meine, es würde funktionieren. Wir zählen da ein paar Tal hin. Ja. Da ein paar Tal. Tieflegen die ja bei mir. Ja. Ja. Das funktioniert. Das geht. Alter ist weg. Ja. Hast du den gerade wieder Kugel abgeworfen? Ja. Das ist der Sinn des Ganzen. Oh. 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 Jetzt brauche ich nochmal neue Würfel. Oh. Wie hast du das gemacht? Ähm. Da ein paar Tal. Da eins. Wenn das geklopft wurde. Hahaha. Schieß den halt weg, Alter. Wir hätten auch die anderen Figuren damit wegschießen können. Ja. Pass auf. Hätte vielleicht extra von dir gebracht. Glückwunsch. Hätte ich diese Test reparieren können, wird jemand sich halt geschandert. Dann machen wir auch eine Aufnahmepause, weil das waren jetzt 20 Minuten. Also nochmals Glückwunsch zur Bewältigung der defekten, primitiven Test. Passt du, geht nicht zu. Hä? Hä? Da rauslaufen. Na okay. Aufnahmepause. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn nein, lasst ein Jagd da. Ähm. Like da. Äh. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Portal 2 dann. Vielleicht haben wir es jetzt auch schon geschafft. War das jetzt Level 8? Nee, ne? Nee. Nee. Okay. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und. Ja. Tschüss. Wie immer. Hihihihi.